Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 26. August 2024, 19.27 Uhr hier auf Wanda. KK gibt heute ein ganz besonderes Konzert auf dem Festplatz. Normalerweise kommt er nur samstags, also lasst euch das nicht entgehen. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Aus dem Glitzerberg. Ich denke eigentlich schon. Mein Nuk-Funk klingelt. Hallo, hier Schlepp aus dem Nuk-Laden am Telefon. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 1111 406 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig dieses Angebot nutzt. Dann bis bald hoffentlich im Laden. Tschüssig ist es, dass wir zwei Floor anfangen. So, wir ändern unser Kleidchen. Machen wir dann irgendwie ein... Soll man das nehmen? Nicht was mehr Dunkle. Ja, nicht so einfach, ne? Das hier würde ich sagen. Gut, ähm, schwarze Haarschleife. Ja. Ähm... So... Dann mal eine große Porometasche. Ja... So, das ist mein Outfit für heute. muss ja auch die vielfalt nutzen wir haben ja na sehr schön und Tentatoren wir gehen Kleider kaufen oder gucken was wir uns noch im Katalog finden da haben wir aber ein paar Sachen, die wir noch nicht so oft haben oh wie süß, dein Spitzenrock okay gucken wir nach dem Motivshirt das haben wir tatsächlich schon das war nur ein Spaß, also weißt du da nehmen wir das Enturiasmus da haben wir nur das Humor Traum nehmen wir das da so Spitzenrock ups nein, keine Emojis Spitzen vielleicht schreiben wir mal, ob er es richtig schreibt da haben wir nämlich noch gar nichts nehmen wir mal den hellblauen nehme ich mal oh mein Gott oder wir nehmen ein Sommerhemdkleid Sommerhemd ja, wir nehmen ein Sommerhemdkleid warum sehe ich das jetzt erst? so Dandy weiß schwarz die grüne fühlt uns so das ist kein schönes Kleid, oder? habt ihr das auch schon? ja, natürlich so muss das laufen so oh perfekt das sind doch nur zwei Items ka-ching so so dann gucken wir gleich mal auf den Röbentreis ich brauche manchmal so ein Animal Crossing ob da die Anmeldedaten die Anmeldedaten oh ok so dann gucken wir mal der Röbentreis beträgt oh nicht schlecht nicht schlecht Röbentreis Montag PM 113 ok Dienstagnachmittag könnte ein potenzielles Maximum sein dann probieren wir es mal Dienstagnachmittag so 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 nichts cha-ching ja, wir würden mal eine andere mitnehmen Ja. Der ist ja in der App mit da drin. Ja, ups, nein. So. Ich hab grad einfach mal reingeguckt. So, alles wegpacken. Zumindest das hier. Oder ist das Schäfen? So. Ihr zwei könnt wegziehen und ihr zwei bleibt da. So, wir müssen dann irgendwann mal gucken. Prediction. So. Gut. Für alle, die Berry-Leckerli setzen wollen, die dürfen jetzt gerne was setzen. So. Zweite Tackle-Folge. 80 Bonus-Meilen. So. Dann lösen wir auch mal welche ein. Die Meilen ticken. Jawohl. Perfekt. Die ersten 30 Barrel-Leckerli sind drin. Nee, das war's. Ich glaube, wir können mal kurz unseren Katalog etwas updaten, oder? Nee. Okay. Ah! Alles. So. So. Ja, und ihr so. Was ist das? Wie schnell geht das eigentlich mit? Funktioniert das schneller? Warum bin ich da zu schnell? Wie viele Items kann man bitte haben? Warum bin ich da zu schnell? Wie viele Items kann man sich da zu schnell? Wie viele Items kann man sich da zu schnell? Was mir hat hier noch fehlt, ist ob es zum Beispiel, ob er schon das Modell hat oder so. Ich glaube, das wäre noch eine Idee. Okay. Wir haben es gleich heute. Okay. Wir machen ein Flamenco. Nein! Mach doch X. Ok. Jetzt leihen wir mal das Alphabet hier. Papierlaterne, schnäu. Vesicht wackelt Pudding. Pissoir ist neu. Es ist vieles neu. Presslufthammer. Saunaofen Schlafsack Schlafsack Und beim Schlafsack Schlafsack Was man nicht alles für die Vollständigkeit tut, oder? Achso, okay, gut zu wissen, dann... Wir sind schon bei Uru. Oh, ein Handy, komm schon, so. So. Und jetzt habe ich jetzt... Okay, Katalog exportieren. Und hier... Öffnet Pocket Guide. Perfekt. Und jetzt hat er das automatisch oder macht er das selber? Wie mache ich denn das jetzt? Weiß das jemand? Irgendwo gibt es doch hier... Okay. 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 Ich bin so ein bisschen. Okay. Ich bin so ein bisschen. Katalog scan hier, importieren, bitte Einträge hinzufügen, Ergebnis hier einführen, importieren. Katalog scan, so press hier, Katalog scan, okay, Katalog exportieren, okay, zack, und hier, zack, importieren, wird importiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Oh. Ach du Scheiße, jetzt fragt er nach allen Farben oder was? Wie geduldig sind wir? Wie genau nehme ich dieses Spiel? Den hab ich nur in Weiß. Next. Absperrkorte. Silberrot. Ich hab den 50, ach so, das ist schon LCD. Acoustic Gitarre. Natur. Okay, fertig. Geh zur Seite. So. Ich bin da nicht registriert, was? Passwort auswählen. Ne. Ne. Starkes Passwort. Passwörter verwalten. Hm. Was für ein Passwort nehmen wir dann, Jo? So. So. Mach mal irgendwann anders. So. So. Gegenstände. Ich hab noch keinen 1-Up-Pilz. Da ist aber... Moment. Moment. Die Kleider sind hier. Da waren die... Mode. So. Warte mal. Möbel. Okay. Ja. Die sind dann abgehakt. Krass. Ich hab erst... Ich hab erst 930 von 2680. Gönnt euch. Aber wo krieg ich bitte den 2021 und 2022 fest Tagbogen her? Mode. Essen. Hey, Essen wurde schon mit ab. Materialien. Ich würd sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Ich wollte jetzt eigentlich nur gucken wegen Lieder. Es gibt 179 Lieder. Und wenn wir den schon haben, ne? Dass wir dann auch ein Lied uns wünschen, was wir noch nicht haben. So. Nook Shopping. Besondere Ware. Geil. Wir nehmen das Tomatenfest-Shirt. Bestellen. Und da wir den noch nicht haben, stellen wir den auch. So. Ich hab nur noch 6 Sternis. What the fuck? Manchmal hat man mehr Glück als Verstand, gell? So. Gut. Dann würde ich sagen, eine Sache machen wir jetzt noch. Wir gucken jetzt grad nochmal die Lieder durch. Dann haben wir wieder ganz schön viel auf Animal Crossing für die Vollständigkeit gearbeitet. »Lowrie-chan!« »Wenn ich also nichts auf mich.« Wo ist das? Da wird das. Okay wir, Sack-Ger Die Stadt der Tiere, DJ KK, Oha, mir fehlen hier echt noch voll viele Songs. Ganz allein, Geburtstagslead, Go Go Go, Herr Kaka, Ich liebe dich. Ich wandere, fehlt mir auch noch. Aria, Hä? Wo ist der Kind Kaka? Aria, Pallada, Kalefa, Plus, Bossa fehlt mir noch, Kalypso und Brake. Wie cool, Leute. Dann können wir endlich mal neue Musik hier. Müssen wir nicht immer die ganzen gleichen Songs hören. Cruisin', Drum'n'Bass, Dancehall, Disco, Dixie, Dub, Etude, Adventure, Flamenco, Folk, Freude-Lied, Aha, wo gefehlt es auch noch? Fusion, Glückspilz, Kauf, Gumbu, Gumbu fehlt mir auch noch. Haus, Jahrmarkt, Jazz, Kaffee Plus fehlt mir auch noch. Und wie viele Songs habt ihr schon so? Liebeslied fehlt mir auch noch. Maratsche, Maratsche, Marathon, Marathon, Marsch, Metal, Melodie fehlt mir noch. Marathon, Mitgefühl, Parade, Orientsang, Parade 2, Polka, Pop, Marte, Rock, Rockabilly, Foxong, Safari, Salsa, Samba fehlt mir. Was? Mir fehlt noch Samba. Slug and K. Slug and K. Slug and K. Slug and K. Makasang. Echt, dir fehlen noch alle Lieder? Nein. Du hast alle? Echt? Oha. Du bist echt krass viel weiter als ich. Blitze, Blitze, Mein Zuhause, Minima, Napoleana, Neue Horizonte, Seefahrer Lied, Super KK, Vorgestern, Oha, da krieg ich echt krass viel. Ja ok, das da unten ist, sind ja jetzt keiner. Songs mehr. Ok. Weil, dann, gehen wir nachher definitiv. Nein, ich find's gut. Hast du vielleicht noch irgendwelche Lieder doppelt? So. Ähm, ich würd sagen, wir machen trotzdem. Wir räumen erstmal kurz bei dem Etar auf. So. Ah, Schaufel. Mir fehlt ne Schaufel. Nehmen wir noch ne Schaufel. So, rausholen. Nehmen wir heute mal die Profi Schaufel. Gut. So, dann, wir haben ja gesagt ne, Viertelstunde machen wir trotzdem. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, mein Sch... Ne. Was fehlt mir denn noch? Kescher. Äh, Schreuder, Kescher. Hä? Ne, doch passt. So. Ja, passt. So. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, Viertelstunde und here we go. So. Nummer eins. Nummer zwei. So, bastel, gestalte Dinge um und verkaufe Obst. Da unten gehört die Schaufel eigentlich hin. Und hier gehört der Kescher hin. Ne, irgendwie stimmt's auch nicht so ganz. Egal, das wird schon irgendwie so passen. Ähm. So, wir brauchen ja Obst, das wir verkaufen können. Ja, irgendwie nicht. Säme, wenn ich es da mal mit dem Ding rum habe, wenn ich ein Nachbarn begebeine, dann da ner die Schaufel kann. Ja. So, dann mal ein Segel. So, geht's euch mal ganz einfach. So, jetzt. So, jetzt geht's. So. 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 So, jetzt. So, jetzt. So. So, die Ecke hier gefällt mir nicht mehr so. Die wird ja zunächst so abgemacht. Also die hier bleibt auf der Seite, aber die hier, die möchte ich weghaben. Ähm, genau, so. Was können wir dann herstellen? Am besten wir machen irgendwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben, oder? So. Eisenerz. So. Schauke. Guck mal, wie viel. Ich habe ein Geschenk, oder? Ja. Guck mal, ob wir Eisenerz direkt auch so irgendwie rausholen können. So, eine gelbe Geschenk ist ja manchmal Geld. Das nehmen wir herzlich an. Jetzt suchen wir uns das Steinchen. Hier war doch irgendwo einer, oder? Sorry. Okay. Hier, nein, hier. Ei, keiner mehr. Da oben, oder? Wow. Oh, ich habe aber keine 10.000. Was machen wir jetzt? Oh, komm. Oh, komm. So. So. So, da müssen wir einfach mal vorbeigehen. Ah, hier haben wir ein Steinchen. So. 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 Und wie bad es, wenn man die kaputt macht, respawnen die wo anders, ne? Ich muss sagen, da gefällt er mir tatsächlich auch nicht so gut. Es ist gerade im Discord passiert, aber ich will es noch Zeit haben bis später. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Mai-Glöckchen? Den finde ich auch ultra nervig, weil er direkt so im Sieg steht. Ne, das vergesse ich. Ich habe eine Idee mit dem Blumen, dass ich sie vielleicht so am Rand ersetze. Also ich will mich jetzt wirklich so, wie ihr gerade merkt, ein bisschen um meine Insel kümmern. So. Das nehmen wir drauf. Ich suche aber noch Eisenerz und wir wollen ja noch etwas herstellen. Wovon ich mindestens einmal die Materialien selbst fangen will. Ich hätte natürlich auch einen anderen Baum fällen können. Und so. Ich glaube schon, gib mir ein bisschen Eisenerz oder Goldenerz. Ja. 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 So, dann gucken wir gleich mal, ob wir genügend Eisenerze zusammen haben. Herstellen. Perfekt. Eisenbelag. Den habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Okay, dann wartet mal. Eisenbelag. Es gibt kein Eisenbelag. Ich brauche eine Tapete. Eisen. Achso, die habe ich eh noch nicht. Ja, okay. Schlemmfest. Schlemmfest. So. Wir müssen drei Dinge machen. Okay. Unkraut. Wollen wir noch gerade raus. Gibt es eigentlich eine App, wenn ich das quasi so wie die, dass die das automatisch schließt? Weil dann könnte ich vielleicht, müsste ich da nicht meine Rezepte doppelt abschreiben, sondern könnte es auch über so eine Handy-App machen. Weißt du, was ich meine? So herstellen. So, Strohzahn. Ja, nein. Strohzahn. Stroh. Wo sind denn hier Zäune? Konstrukte und Werkzeuge. Projekte. Ist da oder was? Stroh. Ja, aber die App kann's ja auch. Was ist eine Art Schlauch? Ich hab jetzt zu dir ein bisschen mit dem Gericht. Was ist das? Ich hab jetzt noch mal mit den Gericht. Der Gericht, der Gericht zu ändern. Der Gericht, der Gericht zu ändern. Die Gericht hat eine Gericht. Ich bin ein Gericht. Ich bin ein Gericht der Gericht. Was könnten wir denn umfärben? Ich weiß nicht, wie viele Sachen muss ich eigentlich umfärben. Wir sehen uns umfärben. Ja, aber so eine andere App, die mir quasi alles, was ich da zeige, so wie die Kamera, in den Text kopiert, damit ich da zum Beispiel meine doppelte Rezepte reinmachen kann für meine Tabelle. Das sie jetzt nicht Animal Crossing bezogen ist, diese App. Das ist so eine App, die ich dann einfach halte und die formatiert mir das, was sie liest, in den Text. C to text oder so, so text to speech. So einfach, Fiatto. Birnen! Birnen! So. 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 Ich bin mir nicht so sicher. So. Gesichtswanze. Jetzt habe ich nur eine Stinkwanze. Wuhu! Im Himmelsfall da! Ich habe aber eine Gesichtswanze. Jetzt habe ich nur eine Stinkwanze. Wuhu! Wuhu! Ich brauche immer noch eine Gesichtswanze. Wuhu! 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 Wir stellen gleich die Blumen um, weil da ist was falsch. Ja, aber da sind gerade keine. Das ist es ja. Wuhu! 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 Ich bin keine Gesichtswanze! Wuhu! 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 Ich habe eine Gesichtswanze. Wuhu! So... so ich mache jetzt das schöne würde ich verschönere jetzt meine inseln also ist ansichtssache aber ich für mich den sap sich mir noch ab so machen wir mal fünf minuten oder insel verschönern wahrscheinlich brauche ich länger wir gucken einfach mal nein du sollst dann normal wie sie ihn machen worauf lasse ich mich hier gerade ein warum tue ich mir das an warum bin ich so perfektionistisch ich habe doch jetzt alle blumen gell ich hoffe dass ich jetzt hier noch noch doch noch was umbauen müsste wie macht das am meisten das ist ähm so so ist schon wichtig jetzt noch so 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 rot gelb rosa 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 So, rot, gelb, rosa, lila, grün. Zumachen, zumachen, gras, was ist das überhaupt für ein Farzbedingter, ne? Steinweg. Ja, hier können wir es auch, ups, nein. Ich will die Ecke so rund haben. Ja! Ne, auch die Abo, hier passt die Spitze. Und, Seato, wie sieht's aus? Schon hübscher, oder? So, ich find's so schöner. Jetzt muss ich mir nur noch irgendwas für Speed überlegen. So, wir haben jetzt fünf Minuten gebraucht, um das super schöner. Danke, Brutus. So, ich weiß. So, ich weiß. So, ich weiß. Oh, ich weiß. Ich bin jetzt noch mal auf mir. Dann würde ich sagen, wir machen uns noch ein Song an. Leuchtet man schön in der Socke. So? So? Was brauchen wir denn noch für Lieder? Ich will das Abschiedslied haben. Ich habe Lust auf einen bestimmten Song. Abschied! Ach, das war ein geheimer Song? Ich weiß nicht, woher ich den Song kenne. Von der App? Ach, das ist mir auch nicht möglich. Sag mal, haben die das Draht draußen bald? Ja, das war schon so gut. bitte wissen, dass es Abschied gibt, also... Weißt du, wie ich mein? Nee! Nee, 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 Pro Toys! Noch lange nicht! Noch lange, lange, lange nicht! Das ist nur ein Special Song. Okay, dann sind wir einfach da gerade nicht ab. So, denk. Ah, ich kann mal gucken, ob ich mein Kumpel da finde. Ah, waren das gerade die Übersetzer? Ja, noch? Ich kenne einen von den Credits. So, jetzt haben wir wieder... Ja. Etwas Neues. Musik ist ein Geschenk, aber das Neue ist sogar wörtlich. Schau nachher mal in deine Tasche. Das war mein Liebes. Danke fürs Zuhören und mitmachen. Bitte, bitte. Das war mein Liebesong. Ja, super. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen bei Animal Crossing und bis zur nächsten Folge.